Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schlag den John. Spiel Nummer 5. Ja, es wird jetzt wieder ein bisschen spannender. Es steht 6 zu 4 für die Gegner und Spiel Nummer 5 kann alles ändern. Ja, um was geht's denn? Also, Spiel Nummer 5. Da tritt Cindy wieder gegen John an. Und das gute Spiel heißt Super Stacker 2. Okay. Wolltest du das nicht auch machen, Cindy? Was? Wolltest du das nicht auch machen? Was? Was? Ich war gar nicht da. Wo geht's? Den Running Gag vergessen. Oh. 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 Ja, es bringt... Es ist auch nicht so schön, wenn sie dran ist, ne? Dann, naja. Ja. Hast du ja noch genug Spiele, wo du den wieder bringen kannst. Ja, um was geht's denn in Super... Ihr nehmt schon auf? Oh. Ja. Oh, ja. Ich hab's gesagt, ich war nicht da. Passiert. Ich hab meinen Hamster gefüttert. Ach so. Kein Blick. Das werden die grantig. Grantig. Und dann ist mit denen nicht zu spaßen. Mhm. So kleine Headcrabs hängen sie an der Decke und wollen nicht töten. Ah, cool. Ja, ähm... Um was geht's denn in dem Spiel? Äh, ja... Okay, also, ähm... Man muss... Im Endeffekt Türme mit verschiedenen Figuren bauen und diese müssen ne gewisse Zeit stehen bleiben. Mhm. Ähm... Das Ganze geht, ähm, so lange... Also, wir haben ein Zeitlimit von 18 Minuten angeschlagen und... Und das Spiel ist dann halt entweder 18 Minuten, wer dann am weitesten kommt oder wer komplett durch ist. Mhm. Und wenn man drauf geht oder so, dann... Kann man nochmal von vorne anfangen. So lange... So lange... Wie man... Ja. Und bei 18 Minuten ist halt Schluss und da guckt man, wer am weitesten ist. Okay. Echt? Genau. Okay, gut. Äh, das werden wir wieder separat jeder mit einem Teilnehmer aufnehmen. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ich freue mich schon. Yo, da sind wir im Spiel, glaube ich zumindest. Ja, ich muss immer wieder nachgucken, Leute. Aber, ja, Fraps ist rot, deswegen... Wir sind drin. Ja, äh, wir spielen Super-Stacker. Kenn ich nicht. War ja zu erwarten. Ich glaube aber, meine Kontrahentin auch nicht. Und ich hab wieder... Ähm, ich vergesse immer deinen Kanalnamen, ey. Das ist ganz schlimm. Auf jeden Fall bist du wieder dabei. Hallo. Hallo. So. Ähm... Ja, äh, wir drücken einfach mal auf Playgame. Wie gesagt, wir haben 18 Minuten Zeit. Wer am weitesten kommt, hat gewonnen. Äh, du hast ja bestimmt eine Stoppuhr oder so... ... und wirst mich berüchtigen, wenn's, äh, vorbei ist. Und, ja, wir haben unendlich viele Versuche. Und, äh, eventuell kann man's auch durchspielen, wenn ich's richtig verstanden hab, ne? Ja. Und ich nehm mal an, wenn man's, äh, wenn man's durchgespielt hat, äh, kommt's auf an, wer am wenigsten Zeit gebraucht hat. Richtig. Okay, gut. Dann haben wir das zusammengefasst und los geht's. Welcome to Super-Stacker 2. Music, äh, Options in the Right-Click-Menü. Aha. Kann ich nämlich ausmachen. Ich muss die ausmachen, Leute, weil die ist meistens viel lauter als wir. Und das würde nerven. Ich werd irgendwas Lustigeres drunter spielen, versprochen. Wir machen ein Playgame. Müssen Türmschen bauen. Ähm, ja, was für ein Schwierigkeitsgrad spielen wir denn? Easy. Da, wo die Eins steht. Sehr gut, das find ich gut. So, dann legen wir mal los. Äh, please stack the shapes. Okay, also wenn wir ein Türmschen bauen. Ja. Gut, dann, äh. Äh. Okay. Ja, wir bauen ein Türmschen. Das ist ja süß, ey. Das ist jetzt natürlich noch super einfach. Äh, was ist nun? Okay, wir haben's geschafft. Cool. Und jetzt Level 2, ne? Immer so weiter. Ja. Bis wir theoretisch alles durch haben. Ja. Okay, gut. Dann muss ich mich natürlich auch beeilen, weil, wie gesagt, eventuell kann das Spielchen um Zeit gehen. Dass ich mich gerade frage. Don't let fall off. Okay, also das Wichtigste ist, dass die Dinger nicht runterfallen, ja. Richtig. Also die müssen eine gewisse Zeit stehen bleiben. Und dann hat man gewonnen. Dann kommt man ins nächste Level. Alles klar. Und hier sieht man jetzt auch mal eine andere Form. Das sieht ja auch mal lustig aus. Okay. Das haben wir schön gemacht. Oh, das kann noch richtig komplex werden. Da fängt es jetzt schon an, böse zu werden mit einem Kreis. Ich hoffe, der bleibt schön. Oh Gott, ey. Wie viele Kreise. Ah, da oben sieht man ja. Aha. Das heißt, danach kommt eine Linie, wenn ich das richtig verstehe. Ah. Hey, cool. Okay. Und jetzt kommen nur noch Quadrate, glaube ich. Ich stelle das mal lieber in die Mitte. Genau. Denn jetzt machen wir das alles schön hier in die Mitte. Und danach... Oh, nee. Das wird viel zu groß, sehe ich gerade. Ich glaube, ich muss dann da noch ein bisschen was bauen. Oh, da machen wir ein richtig schönes Gebäude. Also, nee. Eigentlich ein Auto, oder? Also, ich finde es schick. So, jetzt machen wir das noch. Und jetzt... Oh. Na gut. Das sieht ein bisschen komisch aus vielleicht. Cool. Yay. Okay. Ja, noch ist es Pipifax. Ich werde, wenn ihr selbst Bock drauf habt... Ähm... Die kann man nicht drehen oder so, ne? Vermutlich so. Naja, okay. Wenn ihr selbst Bock drauf habt, ich werde das alles verlinken. Oh. Jetzt muss man schon überlegen. Ich... Aber gut. Jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig, als dass ich das so mache. Und dann könnte ich die da reinbauen. Ja. Das sieht doch vernünftig aus. Ah, das links ist ein bisschen schief, aber das soll noch nicht mein Todesurteil sein. Das wird eine kleine Pyramide. Wie süß. Oh. Ja, okay. Eine Pyramide. Goil. Okay. Ja, wenigstens... Ähm... Oh. Okay. Drei. Mhm. Mhm. Wir haben hier oben nur Quadrate und ein... Äh... ...langes Teil. Okay. Ich baue dann einfach mal jetzt gleichmäßige Türmchen. Habt ihr das eigentlich selbst gespielt oder durchgespielt oder nur mal angespielt? Ja, ich zocke das privat ab und zu mal. Sehr gut. Okay. Ja, das ist... Also das ist ja jetzt Pipifax. Ich glaube, da beeile ich mich jetzt einfach mal, weil ich lasse mir für den Spaß viel zu viel Zeit. Das ist ja... ... eigentlich noch einfach. Deswegen... ... müssen wir schneller machen, sonst gewinnt... Oh! Oh! Warum ist der so groß? Verdammt! Ah, nee. Jetzt fällt er vielleicht links runter, wenn ich Pech hab. Uh! Oh Gott! Oh Gott! Wie er guckt. Geil. Boah, ist fies, wie lange auch da die Zeit jetzt gilt. Aber wir haben es geschafft. Ah, geil. Ähm... Ja, das weiß man halt nicht, wie groß die Dinger sind. Obwohl, doch, man weiß es. Da stehen ja die Zahlen nicht rum. Das wird wohl deren Größe sein. Oh. Okay. Oh. Nach den Quadraten kommen Kreise. Die Kreise würden da runterfallen, wenn ich da nicht irgendwas Cleveres baue. Oh. Kann ich denen ein bisschen eine Brücke bauen? Geht aber nicht. Und wenn ich... Na gut, ich muss mir mal angucken, wie das in der Praxis aussieht. Der fällt ja jetzt hoffentlich nicht runter. Nee, tut er nicht. Oh. Ich glaube, das ist das Erste, wo ich eventuell Scheiße bauen werde. Okay. Die Kreise sind klein, aber ich darf das natürlich nicht überreizen. Sonst rutschen die irgendwann, vermute ich mal. Hm? Jetzt baue ich mal hier drei hin. Aber es kann sein, dass ich das schon ein bisschen mies gemacht habe. Der müsste noch da hin passen. Oh. Da noch einer. Ja. Da. Ja. Okay. Sehr gut. Also das Leichte schaffen wir auf jeden Fall, denke ich doch mal. Wir haben... Unterschiede... Okay. Die Blöcke werden immer größer. Das müsste eigentlich kein Problem sein, wenn wir das schön zentriert bauen. Ja. Aha. Yo. Goil. Das hat auch geklappt. Nein. Nein, nein, nein. Hey, bleib. Bleib. Alles, 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 alles. Okay. Alles cool. Alles cool. So. Wie viel Zeit habe ich noch? Ähm, 13 Minuten. 13 Minuten. Okay. Ich muss... Also ich vermute einfach, dass meine Gegnerin da auch stark drin ist. Ich muss schneller spielen. Warte mal. Jetzt baue ich einfach einen Dreier rein hoch. Das reicht. Werden die größer? Oh, da kommt ein Großer. Aber wenn ich den dann mittig einfach reinhau, müsste das klappen. Schauen wir mal. Ähm. Ähm. Die machen auch tolle Geräusche, finde ich. Warte mal. Jetzt habe ich das Problem. Nachdem kommt... Okay. Ich könnte so... Oh. Scheiße. Der ist verdammt groß. Kann ich den so? Oh. Oh. Scheiße. Nein, bitte. Oh. Das klappt nicht. Nein. 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 Oh. Das war verdammt knapp. Okay. Try again. Das war verdammt knapp. Gut. Ich habe eine Idee. Ich hoffe... Hoffentlich fällt er nicht runter, wenn ich... Oh. Ah. Ah. Nein. Okay. So geht es nicht. Okay. Okay. Nochmal. Gut. Ich muss erst mal einen mittig setzen, dann... Nein. Ey, komm. Das ist fies. Ey, komm. Nein. Leute. Nein. Okay. So geht es nicht. Okay. Wir machen es wie vorhin. Scheiße. Okay. Wir müssen erst mal gleichmäßig bauen. So. 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 Ja. Das wird jetzt schon wieder... Oder... Ne. Das geht ja auch nicht. Wie habe ich... Könnte ich denn das anstellen? Das ist jetzt... Okay. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen auszufächern. Ja. Wenn ich das jetzt immer ein bisschen... Moment. Wir machen es erst mittig. So. Ah, ne. Doch. Das müsste klappen eigentlich. Jetzt der Große. Das... Das... Also das sieht gut aus, oder? Oh, super. Das hält. Das ist aber sowas von sicher. Yay. Okay. Wir machen alle... Alle Dinger durch, oder? Hört es bei leicht auf. Ne, ne? Wir machen alles. Nein. Alle Dinger durch. Okay. Oh, je. Stairs. Aha. Ich könnte... Ah. Ja, genau. So ist das gedacht. Zack. Und jetzt... Vermut ich mal da rein. Was kommt denn noch? Jetzt kommen noch zwei von denen. Und dann kommen Kreise. Oh. Oh. Ah, gut. Aber das müsste hinhauen, wenn ich... So. Ja, eigentlich müsste ich die Kreise... Oh, nein! Ich muss auf die Größe mehr achten. Dieses Quadrat ist ja riesig, ey. Äh, dieses Quatsch. Dieses Dreieck. Okay. Okay. Nichts passiert. Aber vielleicht sollte ich ein bisschen schneller machen. Zack. Und zack. Zehn Minuten. Okay. Bis dahin ist es ja logisch. Ähm. Aber ab dann. Ich weiß nicht, ob ich... Wenn ich... Das müsste doch... Ja, das ist gut. Das ist gut. Okay. Ja, dann... Haben wir es doch jetzt eigentlich schon. Ne, das Quadrat ist ja riesig, haben wir festgestellt. Ich könnte... Hier dann das Quadrat drauf. Und die Kreise... Da rein. Ich hoffe, der rutscht jetzt nicht runter. Ja. Oh Gott. Oh, nein. Ich glaube, der rutscht runter. Oder? Bitte rutsch nicht. Oh Gott. Es geht. Schön. Das sind alle glücklich. Yay. So. Letztes in der Easy-Runde. Wir haben... Zwei große Kreise. Drei kleine. Oh Mann. Was mache ich denn da? Kann ich das... Oh. Ne. Das geht doch nicht, oder? Mal gucken. Oh doch. Oh. 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 Ja. Der fällt auch außerhalb der Kante. Oh. Das ist jetzt aber ein... Hattest Stück. Wie mache ich denn das? Hmm. Ne. Ich glaube, ich muss echt die Balance treffen. Ansonsten. Weil anders geht das doch gar nicht. Ey. Das... Das geht nicht. Äh. Okay. Okay. Oh. Ich glaube, jetzt wird es failig. Warte mal. Da fällt er auch durch, denke ich doch mal. Da fällt er durch. Das kann nur funktionieren, wenn ich die Balance finde. Wenn ich ganz schnell drücken würde. Ne. Bringt auch nichts. Dann hätte ich die drei Kreise... Wo soll ich denn die ganze Kreise hin? Verdammt. Sind die irre? Ähm. Ähm. Ne. Ich habe eine Idee. Wenn der runterrollt... Vielleicht blockieren die sich. Moment. So ein bisschen weiter rechts. Und jetzt den dahin. Nein. Aber so könnte es gehen, wenn ich die irgendwie... Zack und Zack. Ja. 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 Clever. Ich bin so... Halb clever. Okay. Jetzt nur keinen Fehler machen. Ich denke, der hat einen besseren Widerstand. Ja. Das heißt, wir bauen hier erstmal ein paar rein. Mhm. Noch ein. Hm. Ob das gut geht? Wenn ich... Ja. Das geht gut. Und jetzt können wir... Ja. Eigentlich ist es gut, wenn ich dort weiter baue. Aber... Aber bei ihm bin ich mir unsicher. Ich hoffe... Ja. Sieht cool aus, ne? Okay. Mein... Äh. Mein Moderator ist... Meine Moderatorin ist total gefesselt von meiner Architektur. Ich frage mich gerade, was das darstellen soll. Auf jeden Fall etwas Stabiles. Yay. Well done. Und wir machen weiter mit Medium. Oh, jetzt ist die Musik wieder drin. Moment. Stop. So. Äh. Yo. Okay. Medium. Jetzt wird es natürlich schwieriger. Wir haben Stäbe alle die gleichen Größe. Oh. Jetzt wird es richtig knifflig, glaube ich. Und zack. Und zack. Und zack. Ach, wie gern würde ich den jetzt drehen können. Das Spiel will es wohl so, dass ich... Oh Gott. Das geht leider nicht. Ja, ist kein Tetris. Ah, ja. Das sieht man ja, was das Spiel gerade will. Schön bis jetzt. Gut, dann mache ich mal eins mittig. Moment mal. Da kommen Kreise. Okay, ja. Gut, ich glaube, ich weiß, was die wollen. So. Ja, das war ja noch relativ einfach. Ist meistens einfach, wenn sie in einem Leveln was ganz Bestimmtes wollen. Schwierig wird es dann, wenn man kreativ werden muss. So, 30er-Blöcke, dann ein langes, ein wieder 30er- und Kreise. Oh ja, das Level hat mir Spaß bereitet. Das klingt so ironisch. Na ja, schauen wir mal. Ich mache es jetzt erstmal noch ein bisschen plump. Warte mal, wie groß war das eben? Das war 270. Also so ein großes kommt nicht mehr. Okay. Na ja, gut, dann schauen wir mal. Ich werde mal versuchen, Lücken zu machen für die Kreise. Ungefähr so. Ja, es scheint so, als haben sie das auch ungefähr so sich gedacht. Okay, und jetzt kommt das da. Oh, schön. Ich glaube, bis jetzt ist es richtig. Ich probiere die gleiche Taktik noch einmal. Oh Gott, das kleine, knuffige Kistchen jetzt. Ja. Wackelt, aber sitzt. Aha, und jetzt einfach nochmal. Dann haben wir auch wieder so eine Art Pyramide gemacht. Richtig schick. Da rein, da rein. Ach, allein deswegen könnte man Schlag den schon lieben, weil ansonsten würde ich nie zu solchen Games kommen. Wirklich. Sehr tragisch. Ja, total. Sonst hätte man nie die Zeit dafür. Und dabei sind das richtig, äh, Mini-Perlen. Level 13. Zehn, zehn. Noch fünf Minuten, okay. Okay, okay. Was geht hier ab, wenn ich das... Blups. Nicht gut. Fällt runter. Ich habe nur vier Dinger hier. Nur vier. Moment mal, ich habe... Ne, ich habe... Ah. Ich glaube, ich weiß, was die wollen. Moment mal. Ich weiß nur noch nicht genau, wie es dann weitergeht. Ich könnte das hier hinlegen und dann könnte ich den da hinlegen und... Ja. Wie geil. Das lief doch mal gut. Cool. So, weiter. Komm. Wir machen Medium noch durch, bevor die Zeit abläuft. Ich glaube, das reicht nicht mehr ganz, aber egal. Schauen wir mal. Äh, wenn ich dich hinlege, dann fällst du doch gleich, ne? Nein, du bleibst so. Okay. Ah, jetzt fällst du. Blup. Okay. Ja, dann falt halt. Das ist mir eigentlich egal. Obwohl, ich glaube, das habe ich... Das ist doch eigentlich egal. Ich baue dir jetzt einfach schnell dahin und... Gutes. Da wird jetzt schon nichts passieren. So. Das war einfach. Nächstes. Okay. Zwei kleine Türme. Okay, komm. Das machen wir jetzt auch total schnell. Ich vermute einfach, ich muss hier jetzt einen Turm bauen. Und zwar so hoch, bis dieses Dreieck kommt. Hoffentlich verarscht mich das Spiel nicht. Wir müssen auf Zeit spielen, sonst hat Cindy einfach diesen Bonus ausgenutzt. Und ich bin halt der Typ, der gerne ein bisschen länger braucht. Weißt du was? Und drei Minuten noch. Yay. So. So, schön. Die zwei Türme. Yeah. Ey, aber du fallst jetzt nicht. Komm, mach schneller. Okay, es geht. Hey, weiter. Okay, woppel, woppel, nice head. Äh, woppel, woppel, nice head. Ähm. Ja. So. Ähm. Okay. Nein, so geht's nicht. Ja. Okay, okay. Vielleicht sollte ich den in die Mitte bauen. Der fällt doch dann auch gleich an. Mal gucken, wo er hinfällt. Die müssen sich wieder gegenseitig stützen. Ja. Brav. So, aber was jetzt? Äh. Zack. Zack. Nein, die rollen. Ey, ihr müsst eigentlich aufhören zu rollen. Das ist physikalisch nicht korrekt. Das ist nicht korrekt von euch. Das gibt's doch nicht, ey. Okay. Der fällt doch mal da einfach weiter. Okay, jetzt ist es noch schiefer. Ich glaube, ich mache es falsch. Obwohl, so könnte es gehen. Der bleibt jetzt wenigstens da dran hängen. Aber jetzt habe ich ein Problem. Vielleicht kriege ich den noch dahin, aber keinen fünften. Vielleicht den fünften dahin. Es scheint zu gehen. Der müsste ja eigentlich auch an das kullern. Ich hoffe, aber dann fallen vielleicht die Bälle runter. Das ist gruselig. So, was mache ich jetzt damit? Eine Minute noch. Oh nein, ich will wenigstens das noch schaffen. Scheiße. Oh Gott, nein. 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 Okay, komm. Ich habe noch ein paar Sekunden, oder? Komm, ganz schnell. Jetzt kann ich halt nicht mehr nachdenken. Nein. Okay, scheiße. Ich glaube, das wird nichts mehr. Komm schon. Komm, komm. Nein. Okay, wenn man in dem Spiel schnell macht, hat man eh keine Chance. Glaube ich. Ja, jetzt habe ich eine Scheiße. Nein, das wird auch wieder nichts schlecht gebaut. Okay, ich glaube, ich kann aufhören, oder? Äh, ja. Oh, so geht das. So muss das gehen. Jetzt weiß ich es. Nein, nein. Äh, wie viele Sekunden habe ich noch? Scheiße. Du sagst ja Bescheid, wenn es aus ist, ne? Es ist aus. Nein. Nein. Oh Mann. Nein. Okay. Fällt sowieso. Ja. Okay. Ja, schön. Select a stat. Wir können ja nochmal gucken, wo wir gescheitert sind bei der 16. Gut, das war lustig. Oh, ich weiß nicht, wie da meine Gegnerin ist. Mal gucken. So, da sind wir wieder. Nach diesem glorreichen, lustigen Spiel. Oder, Cindy? Fandest du es lustig? Nein. Nein? Ich fand es lustig. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe Rückenschmerzen. Es ist nicht lustig. Also, du kriegst von so einem Spiel Rückenschmerzen. Ich habe auf meinem Tisch gekniet, um zu erkennen, was da vor sich geht. Also, ich habe schon gedacht, du hast die Klötze irgendwie auf dich montiert, oder so. Ich weiß ja nicht. Gut, ähm... Selbst am liebsten. Ja, wie weit sind wir denn gekommen? Löst mal auf. Ähm, Cello, du oder ich zuerst? Mach ich zuerst. Also, John kam bis Level 15. Bei Level 16 ist er gescheitert. Okay, dann kann ich jetzt schon sagen, die war schon super alt. Aber die Cindy kam bis Level 18. Wow. Wuhu. Yay, Glückwunsch. Ja, dieses 16. Spiel wollte irgendwie nicht so klappen. Naja. Also, es hätte... Ich habe dann... In der letzten Minute habe ich rausgefunden, wie es funktioniert. Aber dann war es zu spät. Und ich habe gewusst, die verdammte Zeit hieß mein... Ja, mein Todesstoß. Naja. Egal. Äh, ja. Das war Spiel Nummer 5. Äh, ich... Äh, folglich steht es jetzt... 11 zu... Äh, 11 zu 4. Genau. 11 zu 4 für die Gegner. Das sieht ja alles noch relativ entspannend für euch aus. Cindy, wir danken dir für die 5 Punkte hier. Wir danken dir. Äh, aber ich möchte nicht daran erinnern, dass mit 6 Punkten fast wieder der Ausgleich besteht. Ja, ich gebe die Hoffnung natürlich nicht auf bis zum bitteren Ende, werte Freunde. Ja, dann sage ich mal bis übermorgen, beziehungsweise wir beenden an dieser Stelle auch unsere erste Aufnahmesession. Insgesamt bisher war es noch nicht so rosig für mich. Vielleicht habe ich ja nächste Woche ein bisschen besseren Lauf. Mal gucken. Ähm, ich bin gespannt. Aber, hey, ich sage es mir ja immer wieder. Besser so wie viel zu eindeutig, ne? Ja. Ich weiß, ich kann mir alles schön reden. Bin ich gut. Gut, dann sagen wir in der Runde einfach mal alle Tschüss und bis in zwei Tagen. Tschüss. Tschüss. Tschau.